Mama, komm mal bitte! Ich kann nicht mitgucken. Kann ich mitgucken, oder? Nein. Ist nicht gut drauf? Nein. Kann ich mitgucken, oder? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was mache ich dem Mond nur noch, da oben? Ich sehe den nicht. Hilf mir, ich sehe den nicht. Doch, ich sehe den jetzt. Da oben ist der, da wo man Handy zeigt. Aber ich kriege den nicht komplett drauf, weil ich kriege den nur verschwommen drauf. Ja, mein Handy macht auch verschwommene Fotos, kann ich es auch nicht ändern. Ich versuche es jetzt nochmal mit ein Glück, wenn nicht, bringt es auch nichts. Ich habe hier Fotos gemacht. Das ist der schwarze Mond, das ist der schwarze Mond. Ja. 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 Ich muss dir und René Seewoly was in Wahrheit sagen, aber erst wenn dann, wenn René Seewoly hier ist. Ich muss euch beiden leider was sagen, das kann ich jetzt hier nicht sagen, dann werde ich wieder gemobbt. Wir sind Kinder. Dann gehen wir jetzt rein. Ja, die Türkenbehen hatten die frechen. Auf dem Bolzplatz, scheiße. Dann gehe ich jetzt rein. Warte, warte, noch ein paar Minuten, dann gehe ich jetzt rein. Warte doch. Warte doch auf dich. Oh, wie süß. Guten Abend. Hi. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, guck mal, das Auto. Der muss auch facken. Oh, geil. Guck mal, putzig, ne? Das gehört da ganz klein. Guck dir das an. Die zweitkleine gehört das nicht. Ah, ne, wechseln sich. Pass auf, jetzt geht die eine rein. Pass auf, die eine geht jetzt rein. Ja, wissen sie ja. Zwei Gespister, die tauschen. Oh, süß. Guck mal. Das ist ja putzig, ey. Die Eila geht jetzt rein. Die andere heißt, weiß ich nicht. Was war die? Die ganz Jüngste bist schon drei sein. Oder zwei sein. Die ganz Kleine meine ich jetzt. Da steht jetzt mit dem weißen T-Shirt. Die müssen schon drei oder zwei Jahre alt sein. Eine ist vier und eine ist so. Nein. Drei und fünf, hat die mir gesagt. Ja, die schwarzhaarige ist fünf. Und die ganz Kleine mit dem weißen T-Shirt ist drei. Ja. Die ganz Kleine mit dem weißen T-Shirt, die ganz Kleine, die die an Hand hält, die der Vater an Hand hält, die ist drei Jahre alt. Die ist zwei oder drei Jahre alt. So. Und die schwarzhaarige, die im Auto sitzt, die Eila ist fünf oder vier Jahre alt. Vier oder fünf Jahre alt ist die im Auto sitzt, die Eila. Und die andere ist drei Jahre alt. Ähm. Was? Das Hotel da hinten? Mhm. Das sehe ich doch. Ich sehe es doch, das Hotel. Sieht doch schön aus, ne? Ich kriege es aber verschwommen drauf. Ich kriege die Kamera nicht scharf. Mein Handy geht auch nicht mehr mit der Kamera. Weißt du, der eine hat gesagt, das wäre kein Hotel, obwohl das ein Hotel ist. In meinen Augen ist es ein Hotel. Ich kriege das Hotel aber nicht zu sehen, weil die Kamera dauernd scharf wird. Ja. Ich sage, das ist ein Hotel da hinten. Fertig. Das sind doch keine normale Wohnhäuser. Hallo. Ich sage, das ist ein Hotel da hinten. Es leuchtet. Finde ich nur schön. Ist nicht egal. Mir sieht das gut aus. Ich sage, das ist ein Hotel und fertig. Aus Bicky Maus. Ups. Ups. Die Zikade, höre ich. Die hat vorhin gezielt, aber jetzt hebt die gar nicht mehr, weil da Kinder hergelaufen sind. Die Kinder haben sie weggeschreckt, die Zikade. Die Kinder haben die Zikade erschreckt. Du hast doch gar keine Zikade mehr. Ja, ist nicht schlimm. Die Kinder haben die Zikade erschreckt. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Und da sind nicht schlimm. Die Kinder haben die Ziken. Die Pornhese nicht gewollt. Die Kinder haben ein Ere gemein. Die Zigen haben die Zirkade. Die Ziblatt haben welche Gefängnach Tack. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.